London, die größte Stadt der Welt, zittert vor einem Phantom. Der grüne Bogenschütze. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace gibt Ihnen tausend Rätsel aus. Sie müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Hören Sie, Bellamy. Bellamy ist gewarnt. Er weiß, dass wir ihm an den Kragen wollen. Wer ist eigentlich dieser Lamott? Wenn der Schwein der Freund von der Hauhe ist, ist er bestimmt. Dann muss er auch der grüne Bogenschütze sein. Wer dem Geheimnis zu nahe kommt, ist verloren. Pausenlos ist die Polizei im Einsatz. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte? Hübsches Grün, was? In der Farbe wollte ich mir letzte Woche einen Pullover kaufen. Es ist nur schade, dass Sie den grünen Bogenschütze nicht erkannt haben. Endlich hat er sich mal gezeigt. Jeder ist verdächtig. In diesem neuen Edgar Wallace-Film unter der Regie des Krimispezialisten Jürgen Roland. Sag dem Sergeant, dass ich es nicht gewesen bin. Du gehörst an die Bar, du dummes Lopperer. Warum? Was? Ich suche eine Frau. Ihr? Das wüssten Sie. Jetzt beginnt die Festvorstellung, von der Sie gesprochen haben. Hoffentlich gefällt sie Ihnen. Ein Film voller Hochspannung. Der grüne Bogenschütze. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. , bis zum nächsten Mal. Absoluta. Untertitelung des ZDF, 2020